Vor Wahlen machen viele Parteien viele Versprechungen. Deshalb sagen wir DIE LINKE, messen Sie die Parteien an ihren Taten. Wir sind die einzige Partei, die nicht für Sozialabbau gestimmt hat. Wir sind die einzige Partei, die sich gegen Krieg wendet. Wir sind eine Partei, die konsequent für kostenfreie Bildung für alle eintritt. Und wir sind auch nicht zu feige, um zu sagen, das geht nur, wenn die Reichen in Deutschland stärker besteuert werden. Also wenn Sie wirklich mehr soziale Gerechtigkeit wollen, wenn Sie eine bessere Bildung für die Kinder wollen und wenn Sie eine friedliche Außenpolitik wollen, dann geben Sie uns bitte Ihre Stimme. Wir haben dann Ihr Vertrauen verdient. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.